Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit Micha, denn wie ihr wisst, die Daily, die wir mit Micha hatten, ist noch nicht abgeschlossen. Und deswegen gönnen wir uns jetzt wieder eine Runde mit ihm. Ich habe am Setup nichts geändert, das heißt, eigentlich ist alles beim Alten. Da vorne ist schon jemand gewesen. Wo ist sie hin? Ah, ist weiter gerannt. Ah, okay. Ich glaube, hier waren zwei Leute dann. Ich meine, ich habe erst jemand anderen gesehen. Okay. Ah, stalken, stalken, stalken. Ja, schön gerade weglaufen. So wird's gemacht. Dankeschön. Oh, die ist aber nett. So, leider kann ich jetzt nicht mehr weiter stalken. Aber sie rennt richtig schön, einfach straight. So lobe ich mir das. Klöde, ja, ich mag das, was du da machst. So, danke. Was? Ist das wirklich ihr Ernst? Warum? Ey, komm. Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber es nimmt wirklich einfach lächerliche vor, man. Ich bin Micha, ich habe nur gestalkt. Hallo? Vielleicht einfach mal verstecken. So, hier ist noch jemand. Und die haben jetzt natürlich die Arschkarte direkt. Äh, hallo? Ist das euer Ernst? Willst du auch noch gehen? Okay, hat sie befreit? Kacke für die ist, wenn da irgendwie so ein Idiot wieder gleich am Anfang disconnectet. Ähm. Aber hey, ihr könnt es zumindest versuchen. Naja, also ihr könnt ja zumindest so tun. Als ob ihr noch richtig spielt. Jetzt ist der andere direkt abgehangen worden. Äh, ihr kriegt zu viel, wirklich. So, die andere kann ruhig wegrennen. Den Hit hat er schon mal bekommen. Das ist echt verrückt. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. So, und die hängt jetzt auf Krampf ab. Nee. Okay. Und die haben wir auch. Mensch, Leute. Am liebsten würde ich jetzt einfach, äh... Würde ich jetzt einfach direkt die fertig machen. Und noch eine andere Runde ranhängen. Aber, wie gesagt, die Leute... Ja, obwohl... Also diesmal können sie ja schon was dafür. So, da wurde gerettet. Hier hing die Kate. Das heißt, jetzt jagen wir... Nicht die Kate, sondern die hier. Und die Kate bleibt da einfach stehen. Ach komm, Leute. Die haben aufgegeben. Ich mein... Ich versuch ja irgendwie noch nett zu spielen, aber... Ich glaub, die haben einfach schon gar keinen Bock mehr. Wenn die da jetzt immer noch steht, ne... Nee, ah, die hat sich bewegt. Gut. Die hängt die nächste ab. Das heißt, diesmal ist die Kate fällig. Ah, sie heilt sich hier. Gut. Komm her. So Spaß sieht anders aus. Gut. Ich geh weg. Dann kann sie die Kate retten. Sie bekommt zumindest genug Punkte, ja. Das ist dann die Hauptsache. Dann können sie mir nicht sagen, äh... Also, wahrscheinlich können sie trotzdem, äh... Sagen. Aber dann sollen sie sich bitte bei dem anderen beschweren. Hallo? Ach komm. Okay. Wenn sie nicht helfen, geht es mir zu doof. Ja, tut mir leid, Leute. Ja, ich weiß. Normalerweise mach ich das auch echt nicht, weil ich sowas mega assig finde. Aber, äh... Die anderen haben sich jetzt eh sterben lassen am Haken. Also, ich hab noch nie gesehen, dass ein Team so krass schnell aufgegeben hat. Allein die erste gibt einfach auf, nur weil ich sich stalke. Was ist da los? Und die anderen beiden machen dann den Gen weiter. Befreien sich dann sogar noch, aber rennen nicht weg. Na, egal. Ihr habt sie alles selber gesehen. Äh... Ja, die Daily haben wir fertig. Ähm... Ich überlege, ob ich dann jetzt einfach noch eine Daily... Weil ich hab ja auch noch die Daily mit drin. Ob ich dann jetzt auch noch drin mache. Das wär irgendwie... Dann würd ich zwei Dailies mit einer Klappe quasi schlagen. Aber die Micha-Fans haben sich jetzt wahrscheinlich über Micha gefreut. Obwohl, die wahren Micha-Fans freuen sich wahrscheinlich, dass Micha einfach innerhalb von vier Minuten... ...noch nicht mal eigentlich das gesamte Team zerlegt hat. Und ich bin froh, dass ich kein 100% Blutpunkte-Offering gedroppt habe. Er hat meine Sicht nicht gesehen. Das ist der, den ich jetzt ganz am Ende getötet habe. Kann ich nachverstehen. Wenn ich er wäre und ich nur das gesehen hätte, was ich gesehen habe, dass auf einmal zwei Leute umklatschen. Aber ganz ehrlich, die sind am Gen geblieben. Ich hab, okay, ich hab Beobachten und Zuschlagen und den Dingens. Das heißt, die haben mich relativ spät gehört. Aber die haben ja trotzdem keine Anstalten gemacht, wegzugehen danach, ne? Also, weiß ich nicht. Ich kann's nachvollziehen, dass er es so sieht, ne? Wie gesagt, du kannst es dir nachher mal anschauen und schreib's mir gerne mal in die Kommentare. Bloß, was soll ich dann machen? Wenn die Leute da, äh, stehen bleiben. Wenn die Leute da stehen bleiben, dann, äh... Ich kann ja auch nicht dann sagen, ja, okay, mach den Gen. Aber, wie gesagt, das mag auch jeder anders sehen. Vielleicht gibt's auch Leute, die sagen, doch, 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 dann stellst du dich daneben und machst nix mehr. Ja, aber du kennst mich, Damien. Denk ich mal, sonst würdest du das jetzt nicht sagen, ne? Wow, der Echte, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Ähm. Dann sollte man vielleicht erst mal so weit denken, zu überlegen. Wie gesagt, man sieht nur seine eigene Sicht. Und die anderen beiden bleiben einfach am Gen stehen. Guck's dir an. Also, hat er jetzt wahrscheinlich schon, ne? Und, äh... So, sorry, Leute. Ähm. Ich hab auch kein Problem, wenn er jetzt danach, oder wenn du, ich sag jetzt einfach mal, ich geh jetzt mal davon aus, dass du zuschaust, ja? Wenn du jetzt immer noch sagst, das war Assi von mir, dann ist das ja auch deine Meinung. Bloß, wie gesagt, der eine rennt in gerader Linie weg von mir, natürlich stalke ich den. Warum soll ich ihn nicht stalken, ne? Dann disconnectet er nur, weil ich stalke. Ich weiß, dass hinten noch jemand ist, geh zurück und die sitzen einfach am Gen weiter. Okay, klar, ich hab beobachten und zuschlagen, ich hab den Hasen dabei. Aber dann machen die, mach doch einfach Anstalten wegzugehen. So, was soll ich denn tun? Das ist halt, ne? Bin halt als Killer dann auch immer eine Zwickmühle. Ich will halt auch eine vernünftige Runde haben. So eine Runde hier, find ich auch kacke, ne? Ich warte lange, dass ich überhaupt eine Lobby bekomme. Und, ähm, und dann kommt so eine Runde dabei raus. Natürlich gefällt mir das selber auch nicht. Ja, bloß, wenn die Survivor dann keine Anstalten machen, richtig zu spielen, dann ist mir meine Zeit auch zu schade, ohne das jetzt böse zu meinen. Okay, Leute, ähm, ich mach jetzt noch eine Runde mit Rinnen. Und dann machen wir da auch noch unsere Daily fertig. Also, bis gleich. Weiter geht's, Leute. Wir sind mit Rinnen unterwegs, ja. Also, die nächste Daily fertig machen. Wir müssen jetzt auch nur noch eine Person aus der Unsichtbarkeit heraustreffen. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Ähm, die beiden Dingen sind eigentlich recht nah beieinander. Ich hab auch hier am Setup nichts geändert. So, da hinten rennt jemand. Ich mach mal eben schauen. Wo der hinrennt. Ja, Mahlzeit. Was geht denn bei euch hier? Oh, hier sind ja drei Leute, mindestens. Hey, Dwight. Einfach mal da reinrennen. Dankeschön. Äh, lässt er das direkt fallen. So lobe ich mir das. So, die andere Person ist ja auch noch irgendwo. Ja, beide rennen sie da. Den haben wir. Schon wieder direkt erste Person da. Und, oh, bitte lass es nicht so eine Runde werden wie gerade. So, die Mac ist ja auch noch irgendwo in der Nähe. Ist auch scheinbar nicht weggegangen. Das. Leute, bitte nicht. Wirklich. Ich hab wirklich immer noch ein schlechtes Gewissen. Obwohl. Oh, nee. Das ist echt nicht wahr. Obwohl ich's ja gar nicht haben muss eigentlich. Weil die Survivor ja selber schuld sind. Ähm. Dass die Runde eben so kacke lief. Ja. So, wir folgen Mac mal weiter. Eigentlich hätte ich mir jetzt eigentlich den anderen gönnen sollen. Sie droppt die Palette halt auch. Was ist da los, Mac? Da ist sie wieder down. Es sieht einfach so geil aus, dieser Bug. Okay. Oh, die anderen beiden sind schon hochgeheilt. Mir gefällt das. Die Leute nutzen die Böller richtig gut. Das macht Spaß. Und ich find die Böller irgendwie auch gar nicht so wild. Weil die Böller sind so ein Einwegding. Weißt du? Dann hast du das halt einmal. Ähm. Das find ich wirklich gar nicht so schlimm. Muss ich sagen. So. Reicht das von hier schon aus? Oh, sie sehen mich nicht mal. So, Sekunde. Wir gehen mal unsichtbar. Vielleicht können wir jemanden wegziehen. Ah, shit. Ähm. Das zählt leider nicht mehr, oder? Zählt das noch? Missgunst? Ich weiß es nicht genau. Ah, er wäre wirklich, glaube ich, drauf reingefallen. Ah, jetzt macht das aber gut. Wie nah bin ich? Ja, nah genug. Es sei denn... Uh, er dead hearted. Aber er dead hearted in meine Richtung. Ich glaube, sonst hätte ich ihn nicht erwischt. Okay, mein Freund. Kommen Sie bitte mit. Der Keller ist hier leider nicht. Ich bin mir gerade unsicher, ob da noch eine weitere Person gewesen ist. So, hinten sind zwei Leute am Gen. Das war ganz hinten, oder? Ich glaube ja. Inzwischen müssten die Skillchecks deutlich früher am Start sein. So, wir haben ja Beobachten und Zuschlagen. Deswegen hoffe ich... Ja, hallo. Oh, alle Leute sind hier. So, du, da kommt auch nochmal ein Schlag mit. Ja, schwein gehabt. Wenn jetzt Dwight kommt... Oh, da knallen sie den Gen hinter mir. So, dann setzen wir den mal kurz zurück. Ja, aber so richtig... Mies, dass der andere Typ da jetzt einfach die ganze Zeit hängt. Und die drei machen hier munter den Gen weiter, ne? Der arme Boy, ey. Wer hat da gerade so ein bisschen im Stich gelassen. So, Dwight, wo bist du denn hin? Dwight war hier doch eben noch. Ah, da rennt er sogar. Okay, Dwight hat gerettet. Wir gehen unsichtbar. Mal schauen, ob wir... Na, Dwight? Das tut mir leid, ne? Ich will ich gar nicht. Du hast mich nicht geblendet, übrigens. Oh Gott, was macht die Meg? Sie rennt weg. Okay, dann sammeln wir Dwight auf. Ich wollte erstmal einen Moment abwarten. Weil das hätte ich jetzt nicht so wirklich gebrauchen können, wenn die Meg jetzt zurückkommt und mir die Palette direkt ins Gesicht rammt. Oh, sie heilt sich da vorne. In der Nähe des Totems. Das heißt, sie hat das Totem wahrscheinlich gesehen. Hane, danke. So. Ich hoffe, das ist nicht unsere Hane. Dann würde es mir wirklich leid tun. Oh, Leute. Oh, Hane ist schon down. Komm schon. Können wir die noch wegziehen oder nicht? Oh, verdammt. Ey, sie hat es wirklich geschafft. Ach, das ist die, die den Strike hat. Da müssen wir jetzt dann aufpassen. Die kann nämlich noch striken, gehe ich mal von aus. Hane ist schon down. Okay, wir konnten sie von der Palette weglocken mit den vermeintlichen Mindgames. Lass ich sie noch ein bisschen laufen. Ne, hier sind gar keine Haken in der Nähe. Oh, der andere könnte, wenn ich Glück habe, obwohl, ist das Glück? Ich weiß es nicht. Ja, er wurde gerettet. Sehr gut. Das wäre sonst auch schon wieder ein bisschen ärgerlich gewesen. So, wir folgen ihr. Sie ist nach oben gegangen. Warum? Weil sie Balance Landing hat. Gehe ich mal von aus, oder? So, worum rennt sie denn jetzt? Ja, leider links rum. Schade. Hätte ja klappen können. Es hat übrigens auch wieder direkt das Wiegenlied getroffen. Was natürlich ärgerlich ist für uns. Aber hey, kann man nichts machen. Hab sie hier gehört. Heilt sich hier wahrscheinlich. Ja, über mir. Sie hätte eigentlich wissen müssen, dass ich doch unsichtbar gehe, oder? Ich meine, der Terror-Radius ist ja quasi direkt unter ihr gewesen. Und jetzt können wir sie schön in den Keller bringen. Sie hat keinen Strike mehr. Und zack, kommt hier schön ran. Okay. Wirklich? Niemand? Wo sind sie? Wo sind sie? Beide dort. Okay. Oder was heißt beide? Aber hier vorne soll zumindest jemand sein. Da haben wir schon mal jemanden. Und ich gehe mal jetzt unsichtbar. Das kriegt er vielleicht nicht mit, weil ich noch um der Ecke stehe. Ah, er ist nach links ab. Okay. Ich glaube, der springt nicht blind rüber, oder? Oh, wow. Doch, der tatet voll in mich rein. Okay. Ich habe es wirklich nicht gedacht. Ich könnte jetzt da hingehen und da nochmal jemanden umklatschen. Aber komm, wir geben denen mal ein bisschen Zeit. Das geht mir sonst ja auch schon wieder zu schnell. Ich meine, auch hier, obwohl jetzt sind es schon sieben Minuten um, aber trotzdem irgendwie, ähm, läuft die Runde auch schon wieder ziemlich gut für uns. Was ja nicht per se schlecht sein muss, aber mal so ein bisschen mehr Spannung oder so, ne? Weiß auch nicht. Also, oftmals ist bei DBD entweder eine richtig leichte Runde oder eine richtige Kackrunde. Man hat selten mal so richtig spannende Runden, finde. So, wo sind die anderen beiden? Da drüben. Nee. Da, 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 da. Hallo. Okay, der rennt. Dann rennen wir mal in der Unsichtbarkeit hinterher. Drive. Dafür wirst du sterben. Tut mir leid. Der hing schon zweimal. Okay. Sei denn natürlich, jetzt kommt noch mal jemand Böllern, aber nee, okay. Dann, ab an den Haken mit dir. Ja. Das ist der Verletzte, den will ich mir eigentlich gar nicht holen. Ich glaube, die andere macht einfach wieder Jens. Wir gehen mal hier vorne hin. Oh, nee. Macht sie nicht. Oh. Was macht denn die andere? Oder sie macht Jens da hinten. Das kann natürlich auch sein. Scheint mir so, dass sie es nicht wirklich mit Helfen hat, oder? Obwohl das jetzt auch wieder eine Unterstellung ist. Ich sehe ja auch wieder nur meine Sicht. Okay. Hier wurde dran gearbeitet. Dann ist sie hier. Wird auch gut zu ihr passen, weil sie hier natürlich Balanced Landing gut ausspielen kann. Ich habe es noch gehört. Okay. Ich habe sie doch gehört. Ich war mir gerade nicht sicher. Sekunde. Ist sie hier noch? Ah, sie ist runtergesprungen. Ich habe gehört, dass sie in der Kiste gekramt hat. Und deswegen bin ich nach oben gegangen. Ich habe nur gehört, dass sie in der Kiste rumgekramt hat. Und dann bin ich in sie rein. Und durchs Blocken habe ich sie dann quasi bemerkt. Ja, okay. Das habe ich auch mitbekommen. Schwein gehabt. Nochmal klappt das nicht, Süße. Tut mir leid. Also einmal, ja. Aber zweimal, nee. Beim ersten Mal ist halt immer so, oh, der versucht so einen Trick. Beim zweiten Mal ist dann so, hm, er versucht den Trick nochmal. Okay, da hängt sie. Ja, und da kam jetzt, der weiß, dass ich Barbecue habe. Okay. Kämmt der jetzt an der Luke oder was? Oh, dann tut es mir wirklich leid für die Nia. Wenn wir jetzt hier so einen Hedgecamper haben. Naja, gut. Die hat sich sterben lassen, weil er scheinbar wirklich die Luke campt. Da ist er. Ja. Okay. Entweder sind das Primates oder der Typ ist einfach ein Assi. Das weiß man nicht. Okay. So, wir holen uns die Blutpunkte. GG. Drei Leute erwischt. Das ist immer gut. Und damit können wir uns dann, ähm, Thanks. Nee, das, achso, er denkt wahrscheinlich seinem Team-Mate. So, okay. Äh, ich würde sagen, es gab wieder gute Punkte. Okay. So, viel Spaß euch, ja. Ähm, gute Runde, war lustig. Und, ah, guck mal hier, die beiden nutzen, ihr seid wahrscheinlich Primates, ne? Die beiden nutzen den 25er. Ähm, wer es noch nicht weiß, ich kann es dann mal hier an dieser Stelle erwähnen. Ähm, dieses Offering ist aktuell verbuggt. Das bedeutet, die beiden sind ja offensichtlich Primates, haben sich vielleicht auch abgespannt, vielleicht wissen sie es aber auch gar nicht. Aber aktuell ist es so, dass, äh, der gelbe Umschlag genauso wird wie der grüne Umschlag, ja. Also man bekommt 25% Blutpunkte für alle Survivor. Deswegen, solange dieser Bug noch da ist, ja, ich mein, ich weiß ja nicht, ob ihr Bugs abusen wollt. Ähm, ich glaub, in dem Fall ist es nicht ganz so tragisch, ja, weil ihr niemandem schadet damit. Ähm, aber ihr solltet die Umschläge vielleicht nutzen, solange der Bug noch besteht, damit ihr, weiß ich nicht, in SWF, ne, wenn ihr vier Stück droppt, dann habt ihr 100%igen, sozusagen. Und die grünen und die Partystarter, die ändern sich ja nicht. Ja, also, ich würd' erst mal die weghauen, bevor sie halt wirklich nur noch auf euch selber, ähm, werken. Aktuell werken sie halt fürs, äh, gesamte Team. Gut, ja, ähm, war auf jeden Fall ne schönere Runde, Leute. Ich glaube, jetzt kann ich euch auch hier dieses Video dann anbieten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie immer, ich freue mich über Kommentare und oder Likes, ja, und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also, bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.